Herzlich willkommen an der Fakultät für Rechtswissenschaften der Sigmund Freud Privatuniversität. Mein Name ist Konrad Lachmeier und ich bin hier Universitätsprofessor für Öffentliches Recht und Europarecht. Ich freue mich Ihnen heute die Inset Law Summer School vorstellen zu können, die sich an Schülerinnen und Schüler errichtet, die just studieren wollen. Wir bieten Ihnen ein einwöchiges Programm Ende August, in dem Sie über die unterschiedlichen Fächer des rechtswissenschaftlichen Studiums mehr erfahren und Einblicke in die rechtliche Praxis bekommen. So laden wir Rechtsanwälte und Rechtsanwälte oder Richterinnen und Richter ein. Anmelden können Sie sich unter insight-law.at. Wir freuen uns schon auf Sie.